Moin Leute! Ja, lange ist es her, wo ich mein letztes Video gemacht habe. Es ist auch eine Menge passiert. Ich wollte nur mal ein Lebenszeichen von mir geben. Folgendes ist passiert. Ich habe mein kleines Reich aufgegeben. Ich habe einen Umzug hinter mir. Wir sind jetzt von einer Wohnung in einen Rhein-Mitte ausgezogen. Haben dementsprechend auch mehr Platz. Zwischenzeitlich war ich gesundheitlich etwas angeschlagen. Das ist jetzt auch schon weitgehend wieder vorbei. Ihr seht, das ist jetzt meine neue Werkstatt. Hier verziehe ich mich öfter mal zum Basteln, Reparaturen und so weiter. Soweit ganz gut. Uns geht es jetzt um einiges besser. Die Familie ist glücklich. Wir haben jetzt einen kleinen Garten. Die Solaranlage aus meinem kleinen Reich verrichtet jetzt hier ihre Dinge. Nach und nach richten wir uns jetzt ein. Noch sieht das hier irgendwie seit dem Umzug, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, komme ich auch irgendwie nicht voran. Die Zeit im Allgemeinen kommt mir alles irgendwie viel kürzer vor. Also zeitmäßig ist bei mir momentan alles sehr eng. Keine Bange, ihr habt keine Tour von mir verpasst. Ich war auf dem ersten International Prepper Treffen und dort wieder einige Leute wieder gesehen, neue Leute kennengelernt. Ja, mein Rucksack steht hier schon, gepackt fürs nächste Wintertreffen, das Anfang Februar stattfindet. Ja, soweit bin ich bereit. Es soll jetzt auch wieder losgehen. Es sollen wieder mehr Videos von mir kommen. Je nachdem, wie es die Zeit und die Familie zulässt. Ja, gut. Ich wünsche euch noch was. Bleibt mir treu. Ja, macht's gut. Tschüss.